Wenn du Schwierigkeiten damit hast, Anziehungen aufzubauen, dann hat das nur einen Grund. Und zwar, dass du große Schwierigkeiten damit hast, zu polarisieren. Und die wenigsten da draußen wissen, was polarisieren bedeutet. Was soll das heißen? Dir muss klar sein. Extrem wichtig. Wir Menschen haben folgende Bedürfnisse. Wir wollen Sicherheit und wir wollen Abwechslung. Und ich weiß, das klingt paradox. Und das klingt so, als ob es eigentlich nicht zusammenpasst. Aber diese beiden Bedürfnisse sind in uns integriert. Das heißt, wir wollen unbedingt Sicherheit, wir wollen Schutz, wir wollen wissen, ah, okay, wir sind in Sicherheit und alles ist gut. Aber wir wollen in dieser Sicherheit Abwechslung haben. Damit es aufregend bleibt. Das ist genauso, wie wenn du auf Netflix gehst und all diese Filme siehst. Und du denkst dir, okay, jetzt gucke ich mir einen neuen Film an. Aber am Ende wählst du sowieso nur noch einen Film, den du sowieso schon gesehen hast. Und der interessant war. Oder eine Serie, die du sowieso schon interessant fandest. Warum? Weil wir lieber das Alte und Bekannte und Sichere wollen. Aber wir wollen auch Abwechslung. Und dann passiert es manchmal, dass wir einen Film nehmen, der dem Film hier ähnlich ist. Das heißt, wenn du die ganze Family Guy geguckt hast, dann guckst du dir ja irgendeine andere Serie an, die dem ähnlich ist. Und das ist ein Beispiel für Abwechslung und Sicherheit. Und in den Beziehungen, in der Art und Weise, wie du mit anderen Menschen sprichst, oder dich gibst oder austauschst, ist das ebenfalls wichtig. Das heißt also, Anziehung kommt vor allem daher, dass du polarisieren kannst. Wie polarisierst du aber? Dabei sollst du vor allem auf drei Schritte achten. Und der erste Schritt ist, sei aufrichtig. Lerne, aufrichtig zu sein. Wie oft passiert es, dass du nicht die Dinge sagst, die du eigentlich sagen wolltest. Weil du dir denkst, warte mal, ich könnte anecken. Warte mal, ich könnte ihn verletzen. Ich könnte sie verletzen. Ich könnte dieser Person wehtun. Wie oft passiert es, dass du nicht sagst, was du denkst, weil du denkst, wenn ich das jetzt ausspreche, kann es passieren, dass ich nicht mehr gemocht werde. Oder das, was ich sage, mag sowieso niemand. Oder ist uninteressant und all diese Dinge. Und gerade das ist das Problem. Genau darum geht es ja. Nicht jeder muss deine Aussage mögen oder dich mögen. Erst dann polarisierst du. Wenn du von jedem Menschen da draußen gemocht wirst, bedeutet das, dass du verdammt nochmal langweilig bist. Und das bedeutet, dass du irgendwas zu verstecken hast, weil du keine eigene Meinung hast. Und die meisten Menschen haben keine starke Meinung. Sie wollen Recht haben. Das heißt, sie sagen, nein, das ist aber so. Nein, das ist so. Nein, das läuft aber so. Das ist keine Meinung, dass sie Recht haben wollen. Meinung bedeutet, ich bin absolut der Überzeugung, dass man gutherzig sein sollte zu anderen Menschen. Ich bin absolut der Überzeugung, dass du an dir arbeiten musst. Ich bin absolut der Überzeugung, dass ein Mann wissen muss, was er im Leben haben will. Und wenn dort auf der anderen Seite Personen sind, denen das nicht gefällt, ist das nicht dein scheiß Problem. Das ist deren Problem. Und egal, ob es sie aufregt oder traurig macht, ganz egal, was dabei rauskommt. Der Punkt ist, dass dabei etwas rauskommt, dass dort Gefühle entstehen. Trauer, Wut, Zorn, Neid, all diese Dinge. Und das ist das, was reizend ist. Das ist das, was Lebendigkeit reinbringt. Das bedeutet also, lerne verdammt nochmal aufrichtig zu sagen, was du denkst. Und der zweite Punkt ist, versuche nicht fehlerlos zu wirken. Wie viele Menschen daraus versuchen, so zu tun, als hätten sie keine Makel, als hätten sie keine Fehler. Das Ding aber ist, wenn du lernst, einfach deine Fehler zuzugeben, einfach du selbst zu sein, wirst du wieder merken, dass du viel freier bist, viel lockerer bist, viel offener sprechen kannst und viel anziehender wirkst. Und wenn du Fehler hast, wirkst du einfach viel natürlicher und ehrlicher. Stell dir vor, jemand auf der Bühne erzählt dir von seinem Leben und dass alles perfekt gelaufen ist. Dass alles wundervoll war, dass alles super war, dass sein Leben einfach spitze war und dass er nie Probleme hatte und all das. Dieser Typ wird sofort unsympathisch sein. Warum? Weil du ihm nicht vertrauen kannst. Wenn beispielsweise Firmen Versicherungen verkaufen, kommt es vor, dass so einige von ihnen Haken einbauen in das Verkaufsgespräch. Warum? Ich habe mal jemanden gefragt, den ich kenne. Warum macht ihr das? Und er hat gesagt, weil es sonst zu perfekt wirkt. Und das ist unnatürlich. Das ist unecht. Wenn du der perfektste Mensch auf diesem Planeten bist, der Beste, der Großartigste, der Wundervollste, bist du unnatürlich für mich. Du wirkst unnatürlich, unterbewusst. Das bedeutet, wenn ich sehe, dass du nicht ehrlich und wahrhaftig bist, dass du wirklich Fehler hast, Maken hast und dass du auch nicht fliegen kannst oder nur Wunder bewirkst in diesem Leben, dann werde ich glauben, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Heißt also, gebe deine Fehler verdammt nochmal zu, sonst bist du raus. Und als drittes, höre auf, deine Interessen zu verstecken. Das heißt, wenn du interessiert bist, eine andere Person. Hör auf, deine Interessen zu verstecken. Hör auf, dich zu verstecken, denn damit versteckst du dich und damit unterdrückst du Emotionen. Ich meine, als kleines Kind, was hast du gelernt? Wenn du beispielsweise mit dem Finger auf eine Frau gezeigt hast und gesagt hast, wow, die ist toll oder sonstiges. Nein, hör auf damit. Sowas macht man nicht. Oder wenn du als kleines Kind beispielsweise irgendwo dran gefasst hast, wo du nicht dran fassen solltest. Boom, das macht man nicht. Hör auf damit, lass das. Das heißt also, dein internes Interesse an Frauen wurde schon immer gedämmt und unterdrückt. Und später, wenn du älter bist, merkst du, dass du etwas unterdrückst, dass du etwas zurückhältst, dass du dich dafür schämst, Interesse an einer Frau zu haben. Das ist der Grund, warum die meisten in der verdammten Friend soll landen. Weil sie nie ihr Interesse vermitteln. Und in ihrem Kopf heißt das, ah, okay, ich verstehe, du willst nichts von mir? Ich packe dich hier in diese Schublade. Auf Wiedersehen. Heißt also, lerne, verdammt nochmal Interesse zu zeigen. Indem du es aussprichst, indem du es durch deine Art und Weise zeigst, durch deine Gesten, durch deine Aussagen. Und dann wirst du merken, dass du sehr viel schneller, sehr viel mehr Anziehung aufbauen kannst. Bedeutet also, wenn du es schaffst, aufrecht zu sagen, was du denkst, nicht standig fehlerlos zu wirken und wirklich dein Interesse zu zeigen, wirst du merken, dass du polarisieren kannst. Dass du anecken kannst. Manchmal wird es passieren, dass wenn du plötzlich Fehler zugibst, manche denken werden, dass du ein Idiot bist. Aber dafür werden andere dich dafür umso mehr mögen. Manchmal wird es vorkommen, dass wenn du dein Interesse zeigst, dass sie sich denken werden, was soll der Scheiß? Aber dafür werden dich andere umso mehr mögen, weil du durchsetzungsfähig bist und aufrichtig und ehrlich und direkt. Das heißt also, wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen, nicht gemocht zu werden, dann gewinnst du auch die Chance, mehr gemocht zu werden. Wenn du also bereit bist, herauszufinden, wie du das Ganze wahrmachen kannst, wie du Anziehung aufbaust, wie du polarisierst, wie du Menschen in deinem Band ziehst, dann klicke auf den Link unten in der Beschreibung und bewirkt für eine kostenlose Beratungssession. Wenn es Fragen gibt, schreib sie unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Let's fucking go! Vielen Dank!